Hallo liebe Modellbahnfreunde, wie bereits angekündigt werden wir uns heute mit dem H0-Modell der Güterzug-Lokomotive 56765 beschäftigen. Das Modell von der Firma Lilliput hat ein sehr seltenes und im Grunde einmaliges Vorbild. Wir werden uns zunächst mit den Laufeigenschaften des Modells beschäftigen, werden uns dann das Geschwindigkeitsverhalten ansehen und zum Schluss machen wir natürlich einen Zugkrafttest. Beim letzten Mal haben wir dieses Modell mit einem Güterzug auf einer thüringischen Strecke vorgestellt. Für dieses Mal haben wir uns eine H0-Anlage nach einem Mecklenburg-Vorpomerschen-Motiv besorgt und werden dort die Lok in ihrer angestammten Umgebung vorstellen. Denn Insider wissen natürlich, das Vorbild lief einst auf der Insel Usedom. Nun haben Sie zwar unsere Lok schon einmal gesehen, aber wir zeigen Ihnen natürlich auch, wie man die Lok aus ihrer Blisterpackung befreit. So eine Packung ist notwendig, wissen wir alle, damit so ein fein detailliertes Modell auch einmal einen längeren Transport schadlos übersteht. Wie bei Lilliput gewohnt ist die Packung dunkelblau mit dem silbernen Aufdruck Lilliput First Class, was man von dieser Lok auch wirklich sagen kann. Man zieht den Karton aus dem Schuber und schon sehen wir das erste Mal die Lok. Wir nehmen dann die Blisterpackung heraus. Mache ich mal hier. So, nehmen den Karton weg. Die Blisterpackung ist nochmal mit einem Schuber gesichert. Man zieht den Schuber weg und hat dann den Blister direkt vor sich. Ich lege es mal hier rüber. Auf der von Ihnen aus gesehen rechten Seite ist eine Lasche. Die ziehe ich vorsichtig ab. Dann kann ich den oberen Teil des Blisters nach oben heben, nach rechts ablegen und die Lok steht frei. Wir sehen, dass Lok und Schlepptender nicht gekuppelt sind. Ich nehme den Schlepptender heraus, setze ihn ab. Ich nehme die Lok heraus, setze sie ab. Bitte Vorsicht beim Anfassen. Man kann vorsichtig an den Windleitblechen anfassen. Setzt die Lok ab und schon stehen beide frei. Der Blister enthält noch ein kleines Tütchen, kann ich mal hier kurz zeigen. Für die Nachrüstteile und natürlich, wie bei Lilliput üblich, ein kleines Tütchen mit Lokomotivkohle zum hervorragenden Altern oder Vervollkommenen der Lokschüttung auf dem Schlepptender. Ja, nun steht sie da, die Lok mit ihrem Schlepptender. Ich darf sie vielleicht mal kurz drehen. Wir sehen, der Führerstand ist hervorragend eingerichtet. Vor allem existiert zwischen dem Führerstand und dem Tender ein Schaufelblech, wie es beim Vorbild heißt. Also das Blech, auf dem der Heizer mit seiner Kohlenschaufel hin und her turnt. Dieses Blech lässt sich nach oben klappen. Wenn man das Blech nach oben geklappt hat, lässt sich auch zurückklappen. So, wenn man es nach oben geklappt hat, lässt sich die Lok mit dem Schlepptender verbinden. Der Motor des Modells sitzt in der Lokomotive erst sehr klein, sodass er in den Kessel passt. Um aber die gesamte Elektronik unterbringen zu können, hat man den Schlepptender genutzt. Dazu existiert zwischen Lokomotive und Schlepptender eine Spezialkupplung. Diese Spezialkupplung gestattet es, den kleinen Schlepptender in die Lokomotive-Kupplung einzurasten. Zugleich mit dieser Einrastung ist der Motor der Lok elektrisch mit der Elektronik, die im Schlepptender sitzt, verbunden. Das Modell der Lokomotive 56765 von der Firma Lilliput. Läuft bei etwa 2,5 bis 2,7 Volt an und erreicht in diesem Anfahrbereich eine Geschwindigkeit von 13,3 Stundenkilometer. Das kann variieren. Wir versuchen das Ganze noch einmal rückwärtsfahrend, das heißt mit dem Schlepptender voran. Die Lok fährt bei etwa 2,7 Volt an und erreicht Tender voran eine Geschwindigkeit von etwa 13,1 Stundenkilometer. Natürlich kann dieses Fahrverhalten in Abhängigkeit vom Zustand des jeweiligen Modells und von den Gleisen variieren. Wir können festhalten, dass die Lok bei etwa 2,5 Volt unterhalb von 15 Modellstundenkilometern anfährt und diese Geschwindigkeit hält. Wir haben einen Trafo dran, der 15 Volt effektiv liefert. Im mittleren Regelbereich dieses Trafos, also bei etwa 7,5 Volt, erreicht die Lokomotive eine Geschwindigkeit von 58 Stundenkilometern. Das probieren wir rückwärts auch, wobei die Loks ja mit geschobenem Schlepptender in der Rückwärtsfahrt nur 50 Stundenkilometer fahren durften. Wir probieren es trotzdem einmal, wie sie im mittleren Geschwindigkeitsbereich bei Rückwärtsfahrt fährt. Wir stellen ein auf etwa 7,5 bis 8 Volt und haben dort einen Geschwindigkeitswert von 60,9 Stundenkilometern. Wie gesagt, runterregeln kann man immer. Wenn die Lok im mittleren Geschwindigkeitsbereich mit 60 Stundenkilometern fährt, genügt das eigentlich. Wir können aber auch einmal, um die Leistungsfähigkeit des kleinen Motors und des Getriebes vorzuführen, die maximale Spannung von 15 Volt einstellen und sind gespannt, wie schnell die Lok dann fährt. Sicherlich sehr schnell, aber wie gesagt, ist kein Problem. Runterregeln kann man immer. So, wir haben es gesehen, bei knapp 15 Volt läuft die Maschine fast 150 Stundenkilometer. Das muss nicht sein, die Loks liefen beim Vorbild bei weitem nicht diese Geschwindigkeit, aber wie gesagt, runterregeln kann man immer. Genau. An dieser Stelle nun wieder unser Zugkrafttest. Die übliche Vorrichtung, das gerade Gleis, die Lok, mit einem entsprechenden Zugseil, an das wir über die Umlenkrolle ein Gewicht hängen können, um herauszubekommen, was für eine Güterzug-Lok zu ziehen vermag. Die Lok besitzt auf ihrer A-Achse, das heißt hier direkt hinter den Zylindern, und auf der D-Achse beidseitig Haftreifen. Schon von daher ist eine gute Zugkraft gewährleistet, da ja der Motor im Lockkessel sitzt und der Abtrieb direkt auf das Fahrwerk erfolgt. Wir beginnen mit 10 Gramm. Wahrscheinlich wird sie das problemlos meistern. Ich hänge das Gewicht mal an. Muss dazu in die Beuge gehen. So, seid es gespannt. Wir können beginnen. Ich fahre vorsichtig an. Und wir sehen, die Lok bewältigt die 10 Gramm am Zughaken völlig problemlos. Nun werden wir einmal den Zugkrafttest mit 20 Gramm Zuggewicht probieren. Ich fahre die Lok an. Sie muss etwas mehr ziehen, sich etwas mehr anstrengen. Aber auch 20 Gramm bewältigt die Lok problemlos. Wir werden jetzt einen etwas größeren Sprung machen und gehen auf ein Zughakengewicht von 50 Gramm. Das ist also erheblich mehr. Schauen wir mal. So, 50 Gramm sind am Haken. Ich bin gespannt, ob sie es macht. Spannung aufs Gleis. Und es geht los. Wie wir sehen, das ist ein wenig zu viel. Das nimmt die Lok nicht mehr. Wir werden einmal im Bereich zwischen 20 und 50 Gramm probieren. Vielleicht kriegen wir dort die maximale Belastung heraus. 50 Gramm waren zu viel. So, wir werden das jetzt mal mit 20 Gramm und 30 Gramm und 10 Gramm, also insgesamt 30 Gramm versuchen. Schauen wir mal. Ja, 30 Gramm sind problemlos möglich. Das schafft die Lok. Hier und da ein bisschen rutschen. Rutschen, aber insgesamt wäre das wahrscheinlich die Grenzlast. 30 Gramm Zuggewicht. Ist für eine Lok dieser Leistungsklasse im Modell auch völlig ausreichend. Fazit unserer kleinen Versuchsreihe zur Zugkraft dieses Lilliput-Modells ist, die Lok bewältigt 10 Gramm am Zughaken völlig problemlos. Wenn wir das Gewicht auf 30 Gramm erhöhen, erreichen wir in etwa die Grenzbelastung, was die Zugkraft betrifft. Wenn wir die 30 Gramm allerdings dann durch ein Zughakengewicht von 50 Gramm ersetzen, ist die Leistungsfähigkeit des Modells erschöpft. Aber keine Angst, mit 30 Gramm am Zughaken liegt die Lok durchaus in einem sehr leistungsfähigen Bereich und ist für Modellbahnen mit Nebenbahncharakter, auf denen diese Lok ja eingesetzt werden soll, mit ihrer Zugkraft absolut zufriedenstellend und völlig ausreichend. Ja, liebe Modellbahnfreunde, ich begrüße Sie recht herzlich im Endbahnhof Altwarnow. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier in dieser herrlichen Landschaft mit niederdeutschen Hallenhäusern, winzig kleinen Bauernhäusern, mit Gleisen, die in Kies gebettet sind, hier wollen wir in wenigen Minuten die Einfahrt des örtlichen Personenzuges mit unserer 56 abwarten. Diese Anlage ist vor etwa 10 bis 15 Jahren entstanden. Ich habe sie damals in Erinnerung an meine mecklenburgische Heimat gebaut und heute, wie gesagt, dient sie nun dazu, die Baureihe 56 in der Umwelt zu zeigen, in der sie einst gelaufen ist. Eine Landschaft, die auch auf der Insel Usedom vorstellbar ist. Ja, der eingefahrene Reisezug, wie er in den 60er Jahren auf der Insel Usedom vorstellbar wäre, besteht aus zwei Einheitspersonenwagen, die in den 20er Jahren für Nebenbahnen beschafft worden sind, ferner aus einem Gepäckwagen, wie er Mitte der 50er Jahre von der Deutschen Reichsbahn beschafft wurde und aus unserer Lok 56 765. Zu den Modellen, die wir ganz bewusst ausgewählt haben, ist zu sagen, dass die Einheitspersonenwagen, hier und hier, diese beiden Wagen, exakt den Vorbildern entsprechen, wie sie bis Ende der 60er Jahre auf der Insel Usedom tatsächlich gefahren sind. Wir können es zwar nicht zeigen, aber wer diese Modelle kennt, wird es wissen. Hier steht tatsächlich in der Beschriftung dran, Betriebswagenwerk Heringsdorf. Beide Wagen sind Modelle der Firma Brava. Der Einheitspackwagen, den wir hier haben, ist ein Neubauwagen, wie er ab Mitte der 50er Jahre von der Deutschen Reichsbahn beschafft worden ist, wegen seiner etwas eigenartigen Form, vor allem der Zugführerkanzel, wurde er als Brotbüchse bezeichnet. Er passt exakt zu diesem Wagenpark. Es handelt sich bei diesem Wagen um ein sehr schönes H0-Modell der Firma Pico. Und natürlich an der Zugspitze unsere 56 765. Wie die Wagen ist auch unsere Lok im Bahnbetriebswerk Heringsdorf beheimatet. Das heißt, das Modell der Firma Lilliput, die beiden Personenwagen von Brava und der Packwagen von Pico ergeben insgesamt eine äußerst stimmige Zuggarnitur. Untertitelung des ZDF für funk, 2017